Heute stelle ich dir meinen neuen Mac vor. Ich erkläre dir, warum ich genau dieses Modell gewählt habe und wie ich es optimal für Musikproduktion eingerichtet habe. Viel Spaß! Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Und um Musikproduktion in Logic Pro machen zu können, brauchst du einen Mac. Nach sieben Jahren hat mein Mac so ein bisschen den Geist aufgegeben, hat ein bisschen rumgezickt, hat aber immer zuverlässig funktioniert, aber irgendwann geht es eben einfach nicht mehr und du musst dir einen neuen kaufen. Und in dieser Situation stellt sich dir immer die Frage, okay, welches Modell ist denn jetzt für mich am besten? In meinem Fall habe ich mich jetzt für einen Mac Mini entschieden, ganz einfach deswegen, weil er super handlich und super transportabel ist. Ich arbeite in verschiedenen Tonstudios, hier im großen Studio, von mir zu Hause aus oder auch mal in einem Projektstudio. Und da ist es einfach super praktisch, wenn du deine komplette Musikproduktionsbase sozusagen hier in so einem Herrenhandtäschchen hin und her transportieren kannst. Ich muss sagen, dass ich bei der Einrichtung von der Mac Mini ein paar Problemchen hatte, denn dieser M1-Chip hat sehr hohe Sicherheitsvorkehrungen, irgendwas in die Richtung. Und ich hatte dann das Problem, dass ich ihn eingerichtet habe, ihn neu gestartet habe und dann hat er mein Anmeldekennwort nicht mehr angenommen, obwohl es das Richtige war. Und daraufhin musste ich dann so zwei, drei Stunden mit dem Apple-Support telefonieren, bis wir deine Lösung gefunden hatten. Also falls dir das passiert, erkläre ich dir kurz den Workaround, wenn du dein Mac Mini einrichtest mit M1-Chip und er macht Zicken, dann mach es bei der Einrichtung so, dass du die Firewall-Verschlüsselung deaktivierst und ein anderes Anmeldekennwort oder einen anderen Anmeldenamen als bei deinem alten Mac verwendest, weil das kann ihn durcheinander bringen. Jetzt geht es aber los, ich stelle dir meinen Mac Mini vor. Ich zeige dir auch genau, welches Zubehör ich dazu gekauft habe und wie ich meine Musikproduktionssoftware installiert habe, dass sie optimal läuft. Dann machen wir ein paar kleine Performance-Tests, wie sich der Kleine so im Studioalltag schlägt. Und dann ist ja da noch die Sache mit den Waves-Plug-Ins, die eigentlich nicht auf Big Sur bzw. auf Apple M1-Chips laufen. Es gibt aber einen Hack, wie du sie trotzdem zum Laufen bringst und den zeige ich dir natürlich. Für das gute Stück habe ich mir hier als erstes so eine Tasche gekauft. Die ist schön handlich, mit Griff, ist sauber ausgearbeitet, ist so ein Hardcase, damit ich alles hier reinpacken kann und das ist wirklich sehr, sehr geschickt. Ich mache es hier einfach mal auf und zeige dir, was ich alles drin habe. Das ist auch alles sehr, sehr gut verarbeitet und hier ist das gute Stück drin. Das ist jetzt nicht mein Mac Mini, das ist nur der vom Kollegen zu Demonstrationszwecken. Das hier ist der echte Mac Mini hier. Das heißt, mein Mac Mini, über den nehme ich ja jetzt hier schon auf. Also, der passt hier genau rein und das ist auch der einzige Koffer, den ich dafür gefunden habe, um ihn hin und her zu transportieren. Und so sieht er dann aus. Der Mac Mini sieht hinten im Prinzip genauso aus. Das hier ist noch einer mit Intel-Prozessor. Und er hat hier vier USB-Anschlüsse. Das hatte meiner nicht, da habe ich nicht drauf geachtet. Das heißt, ich habe nur zwei. Ich muss mir dann einfach noch so einen USB-C-Hub kaufen. Dann hast du einen HDMI-Anschluss, ist klar, für deinen Monitor. Und hier hast du noch zwei USB-3-Anschlüsse. Das ist das, was wichtig ist für dich zunächst mal. Und der passt genau hier rein. Das ist also wunderbar und ist hier top geschützt. Das ist mal das Erste. Dann hast du hier ein Fach für deine Maus. Das ist klar. Wenn wir jetzt hier umklappen, dann hast du hier im Kofferdeckel sozusagen noch Platz für eine Tastatur. Ich habe nämlich keine numerische Tastatur. Und die passt hier ganz genau rein. Pass genau. Das ist natürlich auch super geschickt. Und hier ist dann auch noch weiterhin Platz irgendwie für Kabelkram und solche Geschichten. Was du jetzt hier siehst, ist eine von den drei SSD-Platten, die ich mir dazu gekauft habe. Also die haben jeweils ein Terabyte und ich habe mir drei Stück davon gekauft. Die ist von Sundisk. Sehr, sehr leicht. Wasserdicht. Und die haben ein TB. Das ist die Sundisk Extreme, heißt die, glaube ich. Es gibt noch eine, die irgendwie noch schneller ist angeblich. Aber so von der Performance her finde ich die jetzt wirklich sehr, sehr schnell. Ich habe also eine solche externe Festplatte für meine Backups. Dann habe ich noch eine für meine Logic-Projekte. Und dann habe ich noch eine für meine Sound-Libraries. Das bedeutet also, ich habe meine ganzen Sound-Libraries von Native Instruments, von XLN Audio und so weiter auf einer externen Festplatte. Das war vor sieben Jahren noch so ein bisschen Theater, das zu machen und manchmal haben die Libraries dann rumgezickt im Projekt und du hast sie nicht mehr gefunden. Aber das ist jetzt viel besser geworden. Ich kann zum Beispiel bei XLN Audio und Native Instruments kannst du direkt auch einen Pfad angeben. Das heißt, du kannst den Contact-Player direkt auf deine interne Festplatte laden und du kannst einen Pfad angeben, wo die Libraries draufgeladen werden sollen. Also das ist wirklich sehr, sehr easy gemacht und funktioniert auch reibungslos. Das ist deswegen wichtig, gerade bei Sound-Libraries, weil du deine externe Festplatte da zum einen nicht vollpackst und weil es auch deine Performance verschnellern kann. Was ich dir unbedingt auch noch raten möchte, ist deine Dateien nicht von deinem alten Mac per Time Machine auf deinen neuen Mac zu übertragen. Das mag auf den ersten Moment bequemer und einfacher erscheinen, aber du musst auch bedenken, dass du deine alte Dateistruktur, die du unter Umständen schon seit Jahren hast, dass du die dann auf deinen neuen Mac überträgst und unter Umständen ist dann auch sofort wieder die Festplatte vom neuen voll. Deswegen mach es auf jeden Fall so wie ich. Ich habe alle Plugins für Musikproduktion, habe ich alle auf dem alten Rechner deinstalliert. Ich habe die Lizenzen abgemeldet. Ich habe die Lizenzen auf dem neuen Mac wieder angemeldet und mir alle Plugins wieder runtergeladen. Das ist wirklich wichtig, dass du einen neuen, sehr, sehr schlanken Rechner hast, wo wirklich nicht viel drauf ist und dann macht das Arbeiten auch Spaß. Was auch Spaß macht in dem Zusammenhang ist, Plugins du nicht mehr brauchst zu löschen. Ich habe bestimmt 30% der Plugins, die ich auf dem alten Mac hatte, jetzt nicht mehr hier auf den neuen übertragen, weil ich die einfach viel zu wenig benutze. Jetzt geht es weiter. Wir machen ein paar Performance-Tests. Ich habe den kleinen Mac jetzt hier erst seit einer Woche. Das heißt, ich konnte noch nicht so viel antesten, aber ich habe ihn mal ausprobiert, wie er sich so in meinen Projekten verhält, wenn ich Projekte habe mit vielen virtuellen Instrumenten und auch wie schnell er die lädt. Los geht's! Okay, laden wir einfach mal ein paar Instrumente rein, die ich in meiner Produktion oft benutze und schauen mal, wie schnell er die lädt. Ich nehme jetzt hier gerade mal Addictive Drums. Fangen wir mal mit denen an und schauen mal, wie zügig er hier ist beim Reinladen. Zack, das war's jetzt schon. Ist schon geladen. Funktioniert auch schon alles. Wir können jetzt mal hier wechseln zwischen den Presets und dann können wir immer oben gucken, wie schnell er braucht, um es zu laden. Das waren jetzt drei Sekunden. Ist alles da. Geht recht zügig, finde ich, aber für mich ist alles schnell, weil ich nämlich einfach so eine alte Kiste hatte. Gut, also ein paar Sekunden und dann sind wir ready to go. Nehmen wir mal noch was anderes und zwar nehmen wir mal den Contact Player. Auch da benutze ich relativ viele virtuelle Instrumente. Gehen wir auch mal rein, Contact, Stereo und dann fangen wir vielleicht gerade mal mit dem Scabi MM-Bass an. Zack. Na, braucht doch ein bisschen. Okay. Also ein paar Sekunden braucht's hier. Nehmen wir mal irgendwie ein größeres Brett. Funk-Guitarist. Wie lang ist das hier? Wie lang wird das gewesen sein? Drei Sekunden. Ich glaube, hier die Strummed Acoustic, da ist dann noch mehr. Oder Strummed Acoustic 2, ja, da ist dann, glaube ich, noch mehr. Hier Strummed Acoustic 2, genau. Machen wir mal die auf. Die hätte ich jetzt sehr, sehr schnell geladen. Strummed Acoustic 2. Können wir noch hier die Electric Sunburst. Das ist, glaube ich, die größte. Electric Sunburst Deluxe. Oh, auch ein paar Sekunden nur gedauert. Also das ist sehr wahnsinnig schnell. Ich weiß nicht, hat das jetzt gedauert, weil er den Contact-Player... Ne, Scabi MM-Bass braucht er länger. Das ist ja lustig. Ich dachte immer, der hätte nicht so viel Sammels. Da braucht er länger als für die Electric Sunburst. Nehmen wir jetzt mal die andere. Braucht auch ein bisschen länger jetzt. Gut, weiß ich nicht so ganz jetzt, woran das jetzt so hundertprozentig liegt. Also das dauert jetzt schon eine ganze Weile, aber es ist okay. Wir können natürlich auch mal zwischen den Presets hin- und herschalten, wie schnell das denn geht. Gut, wenn er die jetzt einmal hat, dann geht es recht zügig. Also ich bin natürlich von meinem alten Mac jetzt tatsächlich anderes gewohnt. Und wir können jetzt noch... Ja, Easy Keys, genau. Versuchen wir mal, wie schnell das geht. Das geht auch zackig. Grand Piano. Ein paar Sekunden. Ein, zwei Sekunden. Gut, also das geht schnell. Mich würde mal interessieren, bei euch, ist das bei euch genauso? Oder geht es da sogar noch schneller? Das war interessant zu wissen. Und ich lösche die jetzt mal. Und das hier ist jetzt ein Projekt. Da habe ich jetzt lauter, da habe ich die Gitarren programmiert. Und bei diesen programmierten Gitarren, das ist alles der Contact Player. Und die spielen hier alle gleichzeitig. Also ich habe hier zweimal Strummed Acoustic. Und zwar alles als einzelne Instrumente reingeladen. Ach, hier sind sogar noch mehr reingeladen, genau. Und den Contact Player also tatsächlich öfter geladen. Und wenn ich das jetzt hier abspiele, wir können mal hier reingehen. Ups. Okay. Von vorne anfangen. Hier immer dann. Also der macht hier keine Zicken, es funktioniert alles wunderbar. Und ich finde, es ist auch vom Instrumentenladen recht zügig. So ein Riesendrum wie jetzt Omnisfair habe ich noch nicht geladen. Wie gesagt, deswegen schreibt mir mal unten rein, wie schnell das denn bei euch geht, wer denn schon einen M1-Chip hat. Und dann war ja da noch die Sache mit den Waves-Plugins. Wir sind jetzt hier auf der Waves-Homepage. Und Waves selber schreibt also, dass Waves-Plugins mit Logic Pro, Garage Band, Mainstage und Final Cut Pro nicht funktionieren. Ich weiß jetzt nicht, ob zum Zeitpunkt dieses Video, wenn dieses Video veröffentlicht wird, ob es dann schon funktioniert. Kann natürlich auch sein. Aber sie schreiben zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, es würde nicht funktionieren. Und ich habe mir gedacht, okay, ich probiere es einfach mal trotzdem. Und habe einfach trotzdem mal Waves-Plugins reingeladen in Logic selbst. Und ich muss sagen, dass es bei mir funktioniert hat. Und zwar sogar ohne Rosetta. Also wir gehen jetzt hier mal rein und ich gehe auf Information. Und du siehst also hier, Rosetta mit Rosetta öffnen ist nicht aktiviert. Ich habe kein Häkchen gesetzt. Ich mache jetzt Logic jetzt ganz normal auf. Ein leeres Projekt will ich. Nehmen wir Audio. Muss ich das hier ganz kurz verkleinern. Sonst siehst du nicht alles. Mit einem riesen Bildschirm hier. So. Und jetzt laden wir einfach mal Waves-Plugins rein. Du kannst hier sehen, ich habe nur noch 13 Stück. Und was weiß ich, wir können hier einen Limiter reinladen. Der funktioniert. Es dauert ein bisschen, muss man dazu sagen. Wir können auch von mir aus irgendwas anderes reinladen. Was haben wir denn noch hier zum Beispiel? Ja, Grammar Tape. Und es lädt alles und es funktioniert auch alles. Also wir können jetzt zum Beispiel noch mal einen Loop reinziehen. Nehmen wir mal hier einen Beat. Und gerade den ersten hier. Und dann haben wir hier zum Beispiel, vorher probiert mit dem Edge-Delay, wo man es auch wirklich sieht. Also wenn ich es jetzt zuschalte, hörst du auch deutlich, dass die Plugins funktionieren. Also ich würde sagen, das Delay ist deutlich zu hören. Und es funktioniert übrigens auch bei größeren Projekten. Also ich habe auch Mixing-Projekte von mir geöffnet, wo ich mehrere Waves-Plugins drin habe. Funktioniert einwandfrei, bei mir zumindest. Jetzt kommen wir aber zu dem Hack, was passiert, wenn es nicht funktioniert. Es gibt also auch Leute, die berichtet haben, sie haben den M1-Chip und die Waves-Plugins funktionieren nicht mehr, obwohl sie im Plugin-Manager als validiert angezeigt werden. Da habe ich einen coolen Hack gesehen auf YouTube. Den zeige ich dir mal. Und zwar gehen wir nochmal auf die Waves-Seite. Und der hat das gemacht über das kostenlose Waves-Plugin-Studio-Rack. Der hat da rumgetestet. Also ein kostenloses Plugin, das kannst du runterladen, direkt auf Waves. Und da kannst du verschiedene Waves-interne Plugins, nur kannst du hier reinladen. Und er hat das also gezeigt. Ich mache den Link von dem Video mal unten rein, ist aber englischsprachig. Der hat es gezeigt. Also er hat diese Waves-Plugins, konnte er nicht öffnen. Er hat sie gar nicht gefunden in seinem Channel-Strip. Aber er hat es dann, was er gefunden hat, war das Studio-Rack. Und dann hat er einfach mal probiert, hier Plugins reinzuladen. Und das hat funktioniert. Und sie waren auch voll funktionsfähig. Also das wäre eine Möglichkeit, falls die Waves-Plugins bei dir nicht funktionieren. Jetzt interessiert mich natürlich dein erster Eindruck vom Mac Mini mit M1-Chip. Hat dich das überzeugt oder hast du womöglich schon einen Mac Mini mit M1-Chip? Was hast du da für Erfahrungen damit gemacht? Schreib es mir mal bitte unten in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben oder über neuen Abonnenten. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Video. Bis dann!